Was bedeutet es, eine Chaos-Hexe zu sein? Und bist du vielleicht auch eine? Lass uns das mal auschecken. Also Chaos-Hexen, let's be real, scheißen einfach so ein bisschen auf alle üblichen Regeln, weil sie geben einen Fick auf das, was irgendwo übertragen wurde, was irgendwo steht. Die machen einfach ihr eigenes Ding und probieren aus und machen auch all die Dinge, wo immer gesagt wird, das darfst du nicht machen, das kannst du so nicht machen, es ist so nicht erlaubt. Chaos-Hexen sind genau das, die stellen mit ihrer chaotischen Energie die magische Welt auf den Kopf, weil die einfach, die machen halt Mondwasser zur Mondfinsternis, die wirken halt am schwarzmagischen Tag Heilmagie. Das ist denen egal, die haben eine ganz andere energetische Frequenz, die einfach nicht dem Mainstream folgt und die einfach freidrehen können. Man merkt das eigentlich auch ziemlich gut selbst, weil dieses klassische, allen geht es gerade schlecht und du hast High Life, dein bestes Leben und du machst einfach dein Ding, weil du einfach anders tickst und das ist vollkommen okay und das ist ein ganz legitimer Fass.